Hallo und willkommen bei einer weiteren Sendung aus dem IT & Media Future Kongress Studio hier in Darmstadt. Heute haben wir die Firma Naos bei uns zu Gast, Herrn Detlef Persin. Es ist mal schön, dass Sie da sind. Die IT & Media ist ja keine klassische IT-Messe, bei der es um Bits und Bytes geht, sondern darum, wie Menschen mit der IT zusammen Prozesse verbessern können. Deswegen sprechen wir auch ganz gezielt Geschäftsführer an von Unternehmen hier in der Region. Herr Persin, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Frage, Sie sind Chef von einem sehr renommierten Beratungs- und Schulungshaus. Warum sind Sie als Aussteller auf der IT & Media diesmal mit dabei? Ja, wir haben auf der IT & Media etwas ganz Besonderes vor. Wir launchen unser neues Vertriebsunterstützungspaket V4. Wir haben in vielen Kundengesprächen festgestellt, dass Vertriebstraining allein keinen Vertrieb erfolgreich macht. Deswegen haben wir vier Faktoren definiert. Die vier Faktoren sind einmal Vertriebsstrategie, Vertriebsorganisation, Vertriebskönnen und IT-Vertriebssysteme. Dieses Vertriebspaket beinhaltet auch softwareunterstützte Module. Und die möchten wir eben ganz besonders auf der IT & Media unseren Besuchern nahe bringen. Das klingt sehr spannend. Am 19. Februar ist es ja soweit. Frage mal, wo sehen Sie die Trends in Ihrer Branche, wenn man jetzt mal Training, Schulung sieht? Und ich nehme da so ein bisschen raus, dass Sie sich da schon angepasst haben. Ist das der Trend? Nein, wir haben uns nicht angepasst, sondern wir gehen voran. Wir haben festgestellt bei unseren Kunden, dass sie sehr viel Geld ausgegeben haben für Vertriebstraining. Wo hat es dann gehabert? Am Return on Invest und vor allen Dingen an der Nachhaltigkeit. Deswegen haben wir eben dieses Vertriebspaket geschnürt in diesem Bereich, damit wir eine Nachhaltigkeit haben. Ganz klare Ziele mit unseren Kunden vereinbaren können und diese dann auch messen können. Klasse, super. Mehr wollen wir vielleicht an dieser Stelle gar nicht verraten. Am 19. Februar können Sie den Vortrag von Herrn Persin live erleben und natürlich auch am Messestand einfach mit den Kollegen und mit Herrn Persin ins Gespräch kommen, um zu sehen, ob diese Lösung auch für Ihr Unternehmen gut geeignet ist. Freue mich auf Sie am 19. Februar in Darmstadt. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.